Jetzt hab ich ins Fernsehprogramm hineingeschaut, da ist den ganzen Tag nur Malcolm mittendrin. Das mag ich nicht sehen, da kenn ich schon alle folgen. Ich mag irgendwas anderes, was österreichisches, das von mir aus auch mit Emma anfangen, so wie Emma 2412 oder Maschek, das würd ich gern sehen. 20 Jahre Maschek, ha, die spielen sie ja sogar! Wunderbar! Am 18. und 25. Juni in ORF1